Dann schauen wir mal hier rein. Oh, da kommt nichts mehr. Oh, da kommt nichts mehr. Oh, bleibt dabei. Dann schauen wir mal was der für uns übrig hat. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui jawohl er machte er machte wirklich dick fasset mich alter ist das geil ist das geil er machte in dem zehnten freispiel hammer alter schwede geil das hat sich neu lohnt 1360 Meter. Sehr schön. Herder Welt. Ha! Geil! Dann schauen wir doch mal was der für uns hat hier. Torrio! Torrio! So, bei Action Games. Torrio! Torrio! Da kommen wir den Sachen näher. Ja! Torrio! 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 16 Stück. Ach, wir nehmen. Was warm haben wir? Torrio! 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 So, dann gucken wir doch mal ob wir hier dran ziehen können. Torrio! 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 keine verlängerung zarte 15 und hier gibt es mal eine wunderschöne book of ra 6 schon gleich am anfang 154 da sind wir mal gespannt auch nicht doch eine 10 dein ernst ich habe hier die Charter Und eins haben wir noch, zweimal Forscher, 305 Euro. Dann schauen wir doch mal eine Runde hier rein, Book of Ra, fix it. Let's see, na die muss doch machbar sind. Jawohl. Gut. Das war's für heute. Nummer 10. Ob der Repp dabei. So, dann gibt's hier mal 10 Freispiele. Ja. Und nicht wirklich mehr was zu holen hier. Und es gibt mal hier 9 Freispiele. Mighty Dragon. Ui, gleich 2. Sehr schön. Vielleicht kriegen wir den dritten auch noch. Oh, das ist cool. Das ist ein Rückenraues. Das ist ein Rückenraues. Ja. Oder nicht. Da kommt er auch nicht. 188 sind's dann. Na ja. Nehmen wir auch noch gerne mit. Geh da mit. So, dann gucken wir doch mal hier rein. Dann hauen wir mal ein paar Schiffe rinnen hier. Ja. Ein kleines. Ja. 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 Nr. Ja. 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 Ja, ja. Runde Lord of the Ocean 6 Runde Lord of the Ocean Okay Runde Lord of the Ocean Runde Lord of the Ocean Ha風 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mach doch nicht dahin! Was soll denn denn? Toll! Los, noch hin! Schade! Dann bleiben uns zarte 38 Euro! Und mal eine Runde Pharaos Richards! Los geht's! Wo stecken die denn alle? Das ist noch hin, ne? Ja, wohl! Richtig, nur irgendwie nischt! Na, Wahnsinn! Tolle Nummer! Und hier gibt's mal eine Runde! 15 Freispiele! Alle Beträge mal 3 in Augenlächeln! Ja, wohl! Ja, wohl! Ja, wohl! Ja, wohl! Ja, wohl! Das klingelt! Und Schade Nummer 30 Es bleibt mit 293 Die nehmen wir natürlich mit Die nehmen wir natürlich mit